Hier, wo ich bin, ist keine Seele von Menschen, nur eine Handvoll Menschen, nur die lieben auch so zurückgezogen, was ja nicht so schlimm ist. Aber man fühlt sich manchmal einsam, obwohl man hier nicht einsam ist. Ja, bei mir sind sie auch Menschen, die sind nett, aber manchmal fühlt man sich hier einsam. Aber man hat ganz, ganz viel Ruhe und Ruhe tut gut. Und hier hat er auch so ein Wald. Ich kann praktisch gehen. Je 24 Stunden im Wald gehen hier rein. Eben mal einen Wald zu tanken. Das ist doch wunderschön. Ich finde sowas ganz, ganz schön. Und so. Naturwald. Hatte Wasser. Hatte ich vorher in Essen gar nicht so. Weil sie...